das ist erfolg sechste seite himmel und wasser ohne irgendeinen defekt an ihrem neuartigen fahrzeug waren frank und florian zwölf tage lang auf dem atlantischen ozean in guter fahrt vorwärts geschwommen hier in der einsamkeit des meeres glaubten die beiden glaubtrotter bis in die unendlichkeit zu segeln der ganze weltenraum war von elektromagnetischen kräften durchzogen es war ihnen unbegreiflich daß sie nicht übers wasser laufen konnten oder weil sie an die erde gebunden nicht los konnten von ihren sitzen um zu den gestirnen zu schweben die am helllichten tage wie dunkle punkte oder kugeln über ihn standen in der stille wurde der schrei einer möwe zu einem ereignis eigentlich mußten die luftwellen die dieser durchdringende ton verursachte die himmelskörper ins wanken bringen frank wurde aus diesen sinnestäuschungen herausgerissen er hörte plötzlich wieder das summen und brummen eines flugzeugmotors das ihm in den ersten tagen seiner fahrt ständig in den ohren gelegen hatte richtig da zog der eindecker über sie hinweg aber so schnell wie er gekommen war war er auch wieder verschwunden gegen abend als die beiden kühnen seefahrer sich auf ihren sitz zurücklegen wollten um zu schlafen wurden sie jäh emporgerissen ein dumpfes bullern unter ihnen als sei ein untersee orkan losgebrochen türmte das wasser plötzlich zu bergen auf erschütterungen des erdinneren schleuderten aus des meeres tiefsten gründen haushohe fische und ungeheuer über die aufgewühlte oberfläche hinaus es war ein glück daß diese grausigen schuppentiere nicht in der luft leben konnten und sofort wieder in ihr element zurück fielen sonst wäre es frank und florian schlecht ergangen denn einige zeigten sich angriffslustig und machten miene sich auf sie zu werfen am morgen nach einer unruhigen nacht wurden ferne stimmen und rufe über dem wasser vernehmbar frank lauschte angestrengt schließlich entdeckte er daß sie aus dem dünnstäbigen gitter des kühlers drangen waren die stäbe aus einem besonderen metall sollte dieses für marconis neueste radiotelefonie das richtige sein waren es s o s rufe die er vernahm nein es war frank preßte sein rohr fest auf die dünnen röhrchen es war mr sam brankwins stimme sailor ahoi achtung achtung habt falschen kurs treibt im zehnten breiten grad östlicher länge südlicher richtung auf afrikanische küste liberia hallo schrie frank in das gitter zurück er wollte noch etwas fragen aber ihm antwortete nur ein gleichmäßiges rauschen das in den zittrigen stäben vibrierte nun stellte sich frank in seinem sitz auf die zehenspitzen und hielt ausschau wie war es möglich daß er es bis jetzt nicht gesehen hatte ein langgezogener hellschimmernder streif lag nicht allzu entfernt vor ihm sand und palmen das war afrika und weiter rechts lagen in gruppen kleine runde erhebungen die wie maulwurfhügel aussahen das waren die hütten eines negerdorfes ausgerechnet rief frank treibt uns der wind direkt auf das dorf zu schnell holte er seine jacke die als segel so gute dienste geleistet hatte von der stange herunter und versuchte seinem fahrzeug eine andere richtung zu geben doch der wind lag kräftig hinter den hohen ballonreifen es war zu spät schon hörte er lärm aus dem negerdorfe so